Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zur Kaderplanung für den VfL Bochum. Der VfL ist ja aktuell in der Bundesliga auf Tabellenplatz 15 mittendrin im Abstiegskampf, aber zum Glück hat man auch bedingt durch eine wirklich gute Hinrunde plus drei schwächere Bundesligisten die große Chance erneut die Klasse halten zu können. Stand jetzt hat Bochum sieben Punkte Vorsprung auf den 1. FC Köln, sprich auf den Relegationsplatz und normalerweise sollte das auf jeden Fall ausreichen. Trotzdem lief es in den letzten Wochen nicht mehr ganz so rund, bis auf die beiden Überraschungssiege gegen Stuttgart und Bayern konnte Bochum kein Spiel mehr gewinnen. Und deswegen gilt natürlich auch schon jetzt so ein bisschen die Konstellation darauf, den Kader im Sommer nochmal zu verändern, um ihn auch dann in die richtige Richtung zu entwickeln. Und genau darauf schauen wir heute in der Kaderplanung. Wir blicken heute nicht auf konkrete potenzielle Transfervorschläge, das passiert erst bald in fünf Transfers für. Heute geht es um die grundsätzliche Planung von Sportdirektor Patrick Fabian. Welche Spieler könnten Bochum verlassen? Auf welchen Positionen wird dann Verstärkung benötigt? Und wie könnte die VfL Startelf der kommenden Saison aussehen? Alles und mehr heute in der Kaderplanung für den VfL Bochum. Wir gehen natürlich die Kaderplanung vom VfL chronologisch an und starten somit auf der Torhüterposition. Dort haben wir einmal von links nach rechts Manuel Riemann, Niklas Thiede, Michael Esser und Andreas Lute. Manuel Riemann ist ja Bochums unangefochtene Nummer 1. Er ist ein Anführer, der vorne weg geht, auch wenn er natürlich in der jüngeren Vergangenheit auch immer mal wieder für Diskussionen gesorgt hat. Er ist und bleibt ein wichtiger Faktor im Spiel von Thomas Lettsch und deswegen bleibt er auch Bochums Nummer 1 in der kommenden Saison. Alles andere würde mich hier auf jeden Fall extrem wundern. Man hat aber ja auch auf der Torhüterposition im letzten Sommer ein bisschen was umgestellt. Niklas Thiede wurde ja zurückgeholt vom SC Verl. Ihm wird auf jeden Fall mittelfristig zugetraut, die Nummer 1 werden zu können. Ich denke mal, das Potenzial bringt Thiede dahingehend auf jeden Fall mit und somit bleibt er auf jeden Fall jetzt auch erst mal die Nummer 2 hinter Manuel Riemann, um sich dort auch weiter vernünftig entwickeln zu können. Somit könnte man vielleicht sagen, ja gut, auf der Torhüterposition wird ja gar nicht mal so viel Spannendes passieren. Spannend ist aber, finde ich, auf jeden Fall dann die Konstellation Michael Esser und Andreas Lute. Michael Esser ist ja Bochumer durch und durch, der auch aus der Jugend vom VfL stammt und sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Aktuell laboriert er ja an einer schweren Verletzung und deswegen wohl auch aufgrund seines Körpers ist das Karriereende für Esser auf jeden Fall denkbar. Wenn das passieren sollte, dann steigt er als Mitarbeiter oder vielleicht auch als Torwarttrainer ein. Wenn er nochmal weitermachen will, dann auf jeden Fall nur beim VfL Bochum und dann eben als Nummer 3, Nummer 4 hinter Riemann und Thiede. Ich halte allerdings hier aufgrund der Konstellation ein Karriereende als die realistische Variante und somit hätten wir hier also Esser als Abgang. Und dann haben wir natürlich mit Andreas Lute noch einen weiteren Bochumer Keeper, einen Bochumer Eigengewächs und einen sehr erfahrenen Torhüter. Es ist eine ähnliche Konstellation wie mit Michael Esser. Auch Andreas Lute ist dann nach ein paar Jahren zurückgekehrt. Im letzten Winter oder besser in diesem Winter kam er vom 1. FC Kaiserslautern und ist finde ich eine wirklich sehr, sehr gute Nummer 2, Nummer 3 für einen Fußball-Bundesligisten. Das passt auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Und trotzdem bin ich eben der Meinung, dass es nicht so viel Sinn macht, auf Esser und Lute zu setzen hinter Riemann und Thiede. Und deswegen würde ich es auf jeden Fall für realistisch erachten, dass eben Esser aufhört und dann Andreas Lute nochmal einen neuen Vertrag als Nummer 3 bekommt. Dann ist das Torwart-Trio auf jeden Fall optimal aufgestellt. Während sich im Tor also in Sachen Neuverpflichtungen nichts wirklich tun muss, wird das auf jeden Fall in der Innenverteidigung anders sein. Da haben wir ja aktuell unter Thomas Letch, Erhan Masovic, Bernardo, Kevin Schlotterbeck, Ivan Ordez, Noah Lusli und Mohamed Tolber. Blicken wir erstmal auf Erhan Masovic, der sich ja in den vergangenen zwei Jahren richtig gut entwickelt hat. Er ist meistens gesetzt in der Innenverteidigung, hat jetzt auch mal auf der 6. Position gespielt und bringt natürlich auch einen sehr, sehr hohen Marktwert mit von 8 Millionen Euro. Auch wenn vielleicht die aktuelle Saison nicht ganz so stark ist wie die feurige, wird es sicherlich auch in diesem Sommer Interesse geben. Und wenn dann Bochum die Chance hat, ihn für etwas oberhalb des Marktwertes vielleicht zu verkaufen, dann sollte man diese Chance möglicherweise auch ergreifen. Ich glaube, Masovic selber kann sich auch den nächsten Schritt vorstellen und somit wäre er für mich jetzt hier in unserer Planung tatsächlich auch ein Abgangskandidat. Und wenn natürlich dann einer wie Erhan Masovic geht, ist auch klar, dass es einen Neuzugang braucht in der Innenverteidigung. Und hier sollte man dann auch nach einem Abwehrspieler mit Stammplatzpotenzial suchen. Denn wir sehen ja auch hier, wir haben auch noch einen Tim Irmann als rechten Verteidiger, dass die Quantität in der Innenverteidigung auf jeden Fall da ist. Wenn dann einer wie Masovic geht, muss auf jeden Fall dann Wert gelegt werden auf die Qualität des Neuzugangs. Bernardo ist auf jeden Fall ein Neuzugang gewesen im letzten Sommer, der eine hohe Qualität mitbringt. Das ist ein wirklich Top-Transfer gewesen. Er spielt eine unglaublich gute Saison als linker Verteidiger in einer Viererkette. Er kann aber auch genauso gut den linken Innenverteidiger in einer Dreierkette geben. Und deswegen habe ich ihn jetzt auch hier erstmal als Innenverteidiger gelistet, weil er das nominell sozusagen noch ist. Auch wenn er die meisten Spiele für Bochum als Linkser Verteidiger in einer Viererkette absolviert hat. Auch das ist für mich ein Spieler, der aktuell so ein bisschen unter dem Radar fliegt und der glaube ich schon auch passende Interessenten auf sich ziehen wird. Da wird es auf jeden Fall spannend, welche Klubs im Sommer tatsächlich anklopfen sollten. Grundsätzlich ist er ein sehr wichtiger Faktor für Bochum und wird somit auch so gut wie es geht auch logischerweise dann an Bord bleiben sollen. Kevin Schlotterbeck hat er bereits in der vergangenen Rückrunde für den VfL Bochum gespielt auf Leihbasis von Freiburg. Und weil das ganz gut geklappt hat, wollte man ihn auch ganz gerne im letzten Sommer verpflichten. Freiburg wiederum hat nicht mit Schlotterbeck geplant. Der wollte auch ganz gerne im Ruhrgebiet bleiben und trotzdem gab es Probleme bei den Ablöseverhandlungen. Deswegen hat man sich am Ende für alle Seiten auf eine gute Lösung verständigt mit der erneuten Ausleihe. Und vor allem auch in den letzten Wochen hat Schlotterbeck sich einen Stammplatz ganz klar erobert und will natürlich auch da gerne Stammspieler bleiben. Bei Freiburg ist das auf jeden Fall nicht wirklich möglich. Ich glaube nicht, dass er im Breisgau eine sportliche Zukunft hat. Und somit wird es jetzt im Sommer erneut Ablöseverhandlungen geben. Und diesmal gehe ich davon aus, dass es auch dann eine Einigung geben wird und Kevin Schlotterbeck Bochumer bleiben wird. Mit Ivan Ordez haben wir dann noch einen weiteren Innenverteidiger, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. Denn er konnte ja aufgrund der FIFA-Sonderregelung in der aktuellen und letzten Saison Ablösefrei für Bochum spielen. Und interessant macht es vor allem auch jetzt die ganze Lage, dass sein eigentlicher Vertrag ausläuft, wodurch Ivan Ordez im Sommer Ablösefrei zu haben ist. Auch deswegen hat man im letzten Sommer bereits mit dem Ukrainer eine Option ausgehandelt, die Bochum ziehen kann, wodurch sie seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert. Ivan Ordez ist mal Stammspieler, mal eher Rotationsspieler und trotz natürlich mit einer immensen Erfahrung ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Und deswegen ist meine Meinung nach auf jeden Fall klar, Ivan Ordez sollte Bochum auf jeden Fall behalten. Mit Noah Lusli hatte man dann noch einen Neuzugang in der vergangenen Saison bereits getätigt. Frühzeitlich hat man den für den Sommer fix gemacht und so richtig gepasst hat, das bislang auf jeden Fall noch nicht mit dem Schweizer. Lusli hat relativ wenig gespielt und wenn er gespielt hat, war das vor allem auch in der Defensivarbeit alles andere als überzeugend. Sollte es hier im Sommer ein Angebot geben, dann glaube ich, könnte hier ein Abgang tatsächlich auch schon wieder ein Thema sein. Und wenn das passiert, würde ich tatsächlich auch dann nochmal in der Innenverteidigung nachlegen mit einem weiteren Neuzugang. Hier vielleicht auch eher nach einem jüngeren Talent suchen, denn auch Ordez ist natürlich extrem erfahren, aber auch Schlotterbeck und Bernhard sind jetzt nicht mehr Anfang 20. Also würde ich dann vielleicht hier nochmal mit einem jungen Talent nachlegen mit Potenzial, um einfach da verschiedene Optionen zu haben. Mit Mohamed Tolba haben wir ein mögliches junges Talent, der aber aktuell mit seinen Verletzungen zu kämpfen hat. Und grundsätzlich noch einen Vertrag bis 2025 hat. Er muss natürlich spielen. Ich glaube, die Perspektive beim VfL dafür ist relativ schwierig, aber erstmal plane ich ihn jetzt hier nochmal mit ein. Also in der Innenverteidigung könnte auf jeden Fall ein bisschen was passieren. Zwei mögliche Abgänge und damit auch dann zwei mögliche Zugänge. Bedingt durch Bernardo haben wir ja bereits über die Außenverteidigung diskutiert. Und da haben wir mit Tim Oermann dann nochmal einen ähnlichen Spieler, nur für die rechte Abwehrseite. Denn beim Thema Außenverteidiger war ihm auch die Systemumstellung von 3er auf 4er Kette wichtig. Wir haben jetzt hier erstmal grundsätzlich mit dabei Christian Gamboa, Felix Paslak, Tim Oermann, Maximilian Wittek, Danilo Suarez und Moritz Römmling. Blicken wir erstmal auf den dienstältesten Rechtsverteidiger, den wir hier haben und das ist Christian Gamboa. Der hat ja mittlerweile seinen Standplatz beim VfL verloren, aber ist, finde ich, schon auch weiterhin ein wichtiger Faktor für diese Mannschaft. Ist ein sehr erfahrener Spieler, der den Klub sehr gut kennt, der über Jahre hinweg natürlich auch schon viel mitgemacht hat. Und wenn er spielt, auch immer noch seine Leistung bringt. Er hat zudem auch noch Vertrag und deswegen gehe ich davon aus, dass Gamboa eher als Backup-Spieler noch ein weiteres Jahr auch an der Kasseloper Straße spielen wird. Felix Paslak ist ja im letzten Sommer vom BVB gekommen mit der klaren Zielsetzung. Mit ihm holen wir uns ablösefrei einen Bundesliga-erfahrenen Rechtsverteidiger, der eben auch beim System einer Dreierkette als Schienenspieler funktionieren kann. Er sollte genau dabei helfen, aber vor allem auch in der aktuellen Rückrunde ist Felix Paslak noch ohne Einsatz. Also auch hier gilt für mich, wenn es da im Sommer die Möglichkeit gibt, das Vertragsfeld zu beenden, würde ich das auf jeden Fall machen. Sowohl in einer Dreier- als auch in einer Vierer-Kette hat es einfach nicht mit Paslak und Bochum geklappt. Und dann ist für mich aber auch wichtig, dass man auf dieser Position langfristig denkt. Und das bedeutet für mich, dass man einen neuen rechten Verteidiger holt mit Stammplatzqualität. Denn generell sollte die Abwehr von den Bochumern nochmal verstärkt werden, um auch einfach da nochmal mehr Stabilität reinzubekommen. Und wenn wir eben dann Gamboa ganz klar als Backup einplanen, ein Tim Oehrmann eher ein solider, defensiv starker Rechterverteidiger ist, würde ich hier nochmal einen kompletteren Rechtsverteidiger holen. Da gab es ja auch bereits im Winter die ersten Gerüchte, um einfach auch dann weiterhin flexibel aufgestellt zu sein für Dreier- oder Viererkette. Natürlich spielt Bochum den Großteil der Saison mit einer Viererkette. Thomas Letsch ist aber auch weiterhin ein Trainer, der eigentlich gerne auf ein 3-5-2-System baut. Auch das ist mit dem Kader möglich, um einfach dort flexibel zu sein. Kann schon Sinn machen, hier einfach nochmal nachlegen zu wollen. Denn Tim Oehrmann hat sich mittlerweile als Rechterverteidiger durchgesetzt, obwohl er eben der eigentliche Innenverteidiger ist. Und damit bietet er natürlich aber auch eine gewisse Flexibilität, ähnlich wie Bernardo. Ich finde, dann kann man eben auch diese Planungen auf der Rechtsverteidigerposition abschließen. Man gibt Passlack ab, plant eben dann mit Gamboa, mit Tim Oehrmann plus X. Und ich denke mal, damit wäre man hier schon extrem gut aufgestellt. Damit kommen wir zur linken Abwehrseite und Maximilian Wittek. Der ist ja im Sommer von Vitesse Arnheim gekommen. Ist ein Spieler, der natürlich auch Thomas Letsch von da schon sehr, sehr gut kannte. Und vor allem auch wusste, dass Wittek perfekt ist für das System mit Dreierkette. Die letzten Wochen hat Wittek dann wenig gespielt, weil ihm bei der Viererkette Bernardo gesetzt ist. Und trotzdem bietet er natürlich auch die Option zur Systemumstellung oder generell eben auch die Option eines offensiveren Außenverteidigers. Und deswegen glaube ich nicht, dass man jetzt hier im Sommer eine Trennung anstreben wird. Wittek bleibt auf jeden Fall an Bord. Bei Danilo Suárez ist die Geschichte wiederum immer dann wieder etwas anders. Denn auch Suárez, ähnlich wie Gamboa, ist ja schon lange in Bochum. Ist ein sehr erfahrener Linksverteidiger, der Liga 1 und Liga 2 sehr, sehr gut kennt. Aber mittlerweile eben nicht mehr so wichtig ist. Danilo Suárez ist der dritte Linksverteidiger hinter Wittek und Bernardo. Und das ist natürlich für ihn deutlich zu wenig. Das ist eine schwierige Situation. Trotzdem meckert Suárez nicht, schmeißt sich in jedem Training rein, bietet sich Letsch an. Und trotzdem kommt er halt an Wittek und das Recht an Bernardo nicht mehr vorbei. Nun läuft sein Vertrag aus. Der VfL ist wohl sein erster Ansprechpartner. Und trotzdem gibt es auch schon seit längerem Gerüchte rund um eine mögliche Rückkehr in sein Heimatland Brasilien. Und ich glaube, dass das auch für alle Beteiligten das Beste wäre. Und man somit hier unter eine sehr erfolgreiche Zeit ein Schlussstrich ziehen wird. Sollte das passieren, könnte man auf jeden Fall darüber diskutieren, links hinten dann auch nochmal was zu machen. Das hängt aber wirklich stark von der aktuellen Planung ab. Denn je nach System ist eben dann die Frage, ob Wittek der perfekte Spieler ist, um auch mal Bernardo zu ersetzen, wenn er da nicht spielen kann, wenn er verletzt oder gesperrt ist. Plus man muss eben auch dann abschließend klären, auf welcher Position man ganz klar mit Bernardo plant. Also Linksverteidiger ist, finde ich, nicht ganz so wichtig wie der rechte Verteidiger, den ich holen würde. Aber wäre eine Position, wo man zumindest mal die Augen aufhalten sollte. Denn natürlich haben wir nominell auch noch einen Linksverteidiger im Kader mit Moritz Römmling, der aber noch ohne Profi-Einsatz ist. Auch seine Leihen in Liga 3 zur Tukutsche München oder auch in der Vorsaison zu Essen haben nicht so wirklich geholfen. Auch da konnte er nicht so wirklich überzeugen. Und aktuell fehlt er dann noch verletzungsbedingt. Oder generell wurde er auch von Verletzungen immer wieder zurückgeworfen. Auch sein Vertrag endet. Und ich glaube nicht, dass man hier nochmal verlängern wird. Also hätten wir hier drei Abgänge plus zwei potenzielle Neuzugänge. Ich denke mal, das macht auf jeden Fall dann schon Sinn in unserer Kaderplanung. Das Zentrum im Mittelfeld ist natürlich das Herzstück einer jeder Mannschaft. Und auch in Bochum ist der Blick darauf wirklich sehr interessant. Wir haben hier den Kapitän Antony Lucia. Wir haben Argon Elezzi, Patrick Osterhage, Mato Spero, Kevin Stöger, Philipp Förster, Lukas Daschner und Moritz Broni-Quateng. Gehen wir durch von der 6. Position über die 8. bis hin zu den 10ern und starten somit mit Antony Lucia. Der Kapitän ist weiterhin ein sehr wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Er spielt und spielt und spielt. Woche für Woche steht Lucia in der Startelf. Und auch deswegen wurde ja sein Vertrag noch einmal bis 2025 verlängert. Das ist eine einzige Erfolgsstory zwischen Bochum und Lucia. Das ist wunderbar zu sehen und deswegen auch sehr, sehr wichtig, dass der Kapitän auch noch ein weiteres Jahr mal mindestens an der Castropa spielen wird. Die große Frage ist und bleibt, und die hat man sich auch schon in den vergangenen ein, zwei Jahren gestellt. Was passiert denn, wenn Lucia entweder aufhört oder eben auch dann mal nicht spielen kann aufgrund von Verletzungen und aufgrund von Sperren? Das war ja auch zuletzt einmal der Fall, wodurch dann Erhan Masovic den 6er gegeben hat, denn sein eigentlicher nomineller Backup, Argon Elizi, ist noch nicht so richtig angekommen. Er ist ja im Winter gekommen zum VfL Bochum, hat auf jeden Fall Potenzial, davon ist man überzeugt und soll eben auch dann eine mittelfristige Hilfe sein. Um im besten Falle die Position von Lucia mittelfristig einnehmen zu können. Aktuell steht er aber halt noch bei 0 Einsätzen. Deswegen natürlich auch für mich schwierig einzuschätzen, wie gut er tatsächlich ist. Ich hoffe auch, dass ich seinen Namen halbwegs richtig ausgesprochen habe. Für mich ist aber auch dann klar, in der Sommervorbereitung und generell auch zur neuen Saison wird Argon Elizi erst recht seine vernünftige Chance in Bochum bekommen. Und somit wird man ihn sich dann auch nochmal ganz genau anschauen. Patrick Osterhage fehlte aktuell verletzungsbedingt und das tut auch durchaus weh, denn zuvor hatte Osterhage ja wirklich eine Top-Phase. Auch deswegen gibt es Interesse von anderen, von größeren Vereinen. Vor allem auch der SC Freiburg möchte hier zuschlagen und auch deswegen ist ein Abgang hier realistisch. Das einzig Gute, ähnlich wie bei Erhan Masovic beispielsweise, würde Bochum hier sicherlich eine richtig gute Millionensumme kassieren. Aber auf der anderen Seite würde man damit auch einen Stammspieler verlieren und den musst du natürlich auch dann ersetzen. Es braucht einen Ersatz, einen möglichen Stammspieler auf der 8. Position, um eben auch dann diesen Osterhageverlust ausgleichen zu können. Matusch Bero ist ja genauso wie Wittek ein Spieler, den Thomas Letsch bereits aus Arnheimer Zeiten kennt. Und ich finde insgesamt spielt Bero eine gute Saison. Er hat zwar auch ein paar Spiele verletzungsbedingt verpasst, saß auch einige Male auf der Bank, aber wenn er spielt, dann spielt er gut und ist auch aufgrund seiner Flexibilität ein wichtiger Bestandteil von diesem Kader. Kommen wir damit zum Top-Spieler beim VfL Bochum und das ist für mich auf jeden Fall Kevin Stöger. Es ist absolut beeindruckend, was der Österreicher für eine Saison spielt und wie wichtig er auch einfach für das Spielsystem vom VfL ist. Das Problem ist allerdings, dass sein Vertrag am Ende der Saison ausläuft. Es gibt Gespräche, es ist aber auch durchaus eine schwierige Verhandlungssituation, denn natürlich überlegt sich auch Stöger, kann er vielleicht nochmal sportlich einen größeren Schritt machen oder vielleicht auch finanziell, was will er eben jetzt auch mit seinen erfahrenen Jahren, um nochmal in der Karriere was erreichen zu können. Es sind mehrere Vereine, haben ihn interessiert, das sollte auf jeden Fall klar sein. Und trotzdem besteht für mich auf jeden Fall dann aus in der Hinsicht neutraler Sicht schon die Hoffnung für Bochum, dass man seinen Vertrag verlängern wird. Denn Stöger passt eben so perfekt ins System, dass man schon die Frage stellen darf, ist das denn als sein Spielertyp bei anderen Vereinen auch so gut möglich? In Bochum ist das Team auch ein bisschen um ihn herum aufgebaut worden und deswegen glaube ich schon daran, dass man die Chance hat, den Vertrag mit Stöger tatsächlich zu verlängern. Wäre natürlich auch unglaublich wichtig, um in der kommenden Saison nochmal auch als Verein den nächsten Schritt gehen zu können. Während Kevin Stöger somit von Monat zu Monat wichtiger geworden ist, war es bei Philipp Förster so ein bisschen das Gegenteil. Er hat auf jeden Fall an Wichtigkeit verloren. Mittlerweile ist Bochums Nummer 10 eigentlich nur noch ein Rotationsspieler, dessen Vertrag ausläuft und deswegen wird Förster auch im Sommer den Ruhrpott verlassen. Damit hätten wir hier einen zweiten Abgang und interessant finde ich auch dann die Personalie Lukas Daschner. Der ist ja im letzten Sommer ablösefrei gekommen vom FC St. Pauli, fand ich einen guten, vollkommen soliden Deal, nachdem er bei den Hamburgern eine richtig starke Rückrunde gespielt hat. Aber Lukas Daschner ist noch nicht so wirklich angekommen und deswegen kann ich mir schon irgendwo vorstellen, dass man sagen wird, okay wir beenden die ganze Geschichte nach einem Jahr schon wieder. Denn Lukas Daschner ist jetzt eben kein klassischer Zehner, der auch mal als Achter funktionieren kann. Er ist aber auch kein Flügelspieler, er ist eigentlich perfekt als hängende Spitze und diese Position gibt es eben auch aktuell im Väter-3-System nicht so wirklich. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man nach einem Jahr dann schon wieder eine Trennung vollziehen wird. Somit bräuchten wir aber auch dann, wenn Förster und Daschner gehen nochmal eine offensive Alternative fürs Zentrum und somit einen, ich würde es mal sagen, weiteren Kreativspieler neben Kevin Stöger. Und dann haben wir noch eine Personalie mit dabei und das ist Moritz Broni-Quateng. Auch er war ja im letzten Sommer ein Neuzugang aus Liga 2 und auch er steht gerade mal bei 11 Einsätzen und konnte somit ähnlich wie Lukas Daschner noch nicht so wirklich überzeugen. Er muss sich auf jeden Fall steigern. Das Gute sozusagen bei ihm ist aber eben auch, er ist flexibel einsetzbar und kann offensiv eigentlich alle spielen. Deswegen kann ich mir ganz gut vorstellen, dass Quateng auch nochmal dann eine neue Chance bekommen wird. Also im Zentral-Mittelfeld, da kann auf jeden Fall einiges passieren. Vor allem in der Vergangenheit unter Thomas Reiß haben ja die Flügelspieler in Bochum eine große Rolle gespielt. Im letzten Sommer wollte Thomas Lech gerne auf ein System mit Dreierkette bauen, wo die Flügelspiele nicht ganz so wichtig waren und deswegen hat der VfL hier auch nur noch nominell zwei mit dabei. Wir hätten zum einen Takuma Asano und Christopher Andwiadze. Blicken wir erstmal auf Takuma Asano und damit auf einen Topspieler der aktuellen Mannschaft. Der Japaner hat ja schon sechs Tore erzielt. Sein Vertrag läuft aus, er ist ablösefrei zu haben und deswegen gibt es auf jeden Fall auch das Interesse von anderen Vereinen. Asano möchte wohl gerne, wenn er den Vertrag in Bochum verlängert, auch eine ordentliche Gehaltserhöhung haben. Und da ist halt im Gesamtpaket so ein bisschen die Frage, kann und will Bochum da stemmen? Wenn tatsächlich andere Vereine vielleicht auch aus der Bundesliga ernst machen sollten, dann gehe ich sogar davon aus, dass Takuma Asano nicht zu halten sein wird. Das wäre natürlich ein Herber Verlust und damit wäre auch dann ein Ersatz nötig für den rechten Flügel. Auch wenn das natürlich nicht einfach wird. Aber wenn Asano geht, braucht es hier auch ganz klar einen neuen Stammspieler. Christopher Andwiadze muss sich ja eben auch wegen der anfänglichen Systemumstellung ein bisschen reinbeißen. Mittlerweile auch bedingt durch die klassischen Flügelspieler ist er größtenteils wieder gesetzt, auch wenn auch er so wie aktuell mit Verletzungen zu kämpfen hat. Auch hier haben wir einen auslaufenden Vertrag, aber bei Andwiadze kann ich mir tatsächlich eine Vertragsverlängerung ganz gut vorstellen. Und wenn man sich eben auch dann im Sommer dafür entscheidet, auch wirklich komplett wieder auf zum Beispiel das 4-3-System zu bauen, dann finde ich, muss man auch noch mindestens einen Flügelspieler hinzuholen, wenn das System eben weiterhin so wie aktuell darauf ausgelegt sein sollte. Eine Position ist damit noch übrig und das ist das Sturmzentrum mit aktuell Philipp Hofmann, Gonzalo Paciencia und Moritz Broschinski. Philipp Hofmann war ja ein wichtiger Faktor in der Vorsaison, nachdem er ja ablösefrei aus Karlsruhe gekommen ist. Und trotzdem hat es bislang noch nicht so richtig gepasst. Zumindest nicht in der aktuellen Saison. Denn Philipp Hofmann hat seinen Stammplatz verloren, konnte gerade mit in der Bundesliga ein Tor erzielen und kommt eben mittlerweile eher über Joker-Einsätze. Hofmann ist natürlich damit alles andere als zufrieden. Er hat aber auch noch ein paar Jahre Vertrag. Und deswegen ist es für mich eine schwierige Ausgangssituation für den Sommer. Denn irgendwo glaube ich schon, dass Hofmann rein sportlich woanders vielleicht etwas wichtiger wäre. In Bochum weiß man logischerweise aber auch, was er kann und dass er es kann. Und natürlich hat er auch noch dann eine gewisse Familiennähe in seiner Heimat, das Sauerland von Bochum aus. Das ist auch nicht ganz so weit weg. Deswegen glaube ich irgendwie schon im Gesamtpaket, dass Philipp Hofmann tatsächlich dem VfL erhalten bleiben wird. Etwas anders ist die Geschichte auf jeden Fall bei Gonzalo Paciencia, der im letzten Sommer ausgeliehen worden ist. Mit ihm hat natürlich Bochum nochmal einen anderen Stürmertypen bekommen. Was finde ich auch durchaus Sinn gemacht hat, sich dahingehend nochmal zu verstärken. Aber auch schon bei der Laie war klar, es gibt im Sommer womöglich keine Kaufoption. Ich glaube, dass wir beide Beteiligten es auch ohnehin besser wäre, im Sommer kein Interesse an einer weiteren Verpflichtung zu haben. Ich denke mal, hier macht eine Trennung auch auf jeden Fall Sinn. Und damit hätten wir eben auch dann eine Chance, uns im Sturmzentrum aus Bochumer Sicht nochmal neu und besser aufzustellen mit einem neuen Stürmer. Und hier würde ich mir dann wünschen, dass der VfL ein etwas kompletteres Gesamtpaket sich hinzuholt. Im Vergleich zu Hofmann oder Brozinski, der eher über ihre körperliche Stärke kommen, der vielleicht auch dann mal flexibel als Flügelspieler spielen kann. Da gibt es Möglichkeiten und ich glaube, dass da von Bochum auf jeden Fall dann profitieren wird. Denn Moritz Brozinski ist aktuell Stürmer Nummer 1, hat sich durchgesetzt, hat auf jeden Fall Talent und braucht dann eben nur noch als Torjäger ein paar mehr Tore. Aber natürlich bleibt er auf jeden Fall an Bord. Somit hat man hier also die Möglichkeit, sich nochmal qualitativ besser im Sturm aufstellen zu können. Das Thema Leihspieler ist natürlich auch nochmal wichtig für jede Kaderplanung. Welche Spieler kommen zurück, mit welchen kann man planen. Welche könnten aber vielleicht nochmal ein bisschen Geld in die Kassen spielen durch einen fixen Transfer. Wir haben hier Jordi Osaitutu, Gerrit Holtmann, Paul Grave und Mats Pannewick. Legen wir los mit Jordi Osaitutu, der im Winter verliehen worden ist nach Griechenland. Dort konnte er bislang sieben Spiele machen. Er stand sieben mal auf dem Platz, mal Startelf, mal Bank. Aber unterm Strich hat er bislang in Griechenland jedes Spiel gespielt. In Bochum hat er auf jeden Fall keine Zukunft mehr. Und somit glaube ich schon, dass vielleicht auch sogar sein Leihklub zuschlagen wird. Gerrit Holtmann war ja eine Hinrunde verliehen in der Türkei. In der Rückrunde ist er verliehen zum Bundesliga-Konkurrenten aus Darmstadt. Aber auch da ist er bislang noch nicht so richtig gesetzt. Ich denke mal, Holtmann hat weder in Bochum noch in Darmstadt in der Zukunft und wird eben dann woanders hingehen. Interessant wird es bei Paul Grave als junger Torhüter. Den werden ja schon zu Beginn des Videos gesehen. Im Tor kann auf jeden Fall ein bisschen was passieren, was die Kaderbreite angeht. Er spielt aktuell für Wuppertal in der Regionalliga West. Hat sich dort einen Stammplatz erobert und braucht sicherlich auch dann weiter in dieser Einsatzzeit. Das heißt, entweder bleibt er in Wuppertal und wird noch einmal verliehen oder eben dann woanders hin. Denn da ist auf jeden Fall am wichtigsten, Woche für Woche zwischen den Pfosten zu stehen. Mats Pannewig spielt auch in der vierten Liga bei Wiedenbrück. Ist im Winter dorthin gewechselt und hat auch in den letzten drei, vier Spielen dort wirkliche Top-Leistungen gezeigt. Bedingt durch sein Potenzial, was schon vorhanden ist und den Bedarf, den man ja auch dann im Zentralmittelfeld bei möglichen Abgängen haben könnte, kann ich mir schon vorstellen, dass man Pannewig auch erstmal in der Sommervorbereitung eine neue Chance geben wird. In der Übersicht unserer Kaderplanung sehen wir eben auch nochmal, auf welchen Positionen Bochum nachlegen sollte. Torhüter bräuchten wir auf jeden Fall nicht, da ist man gut genug aufgestellt. In der Verteidigung wird es auf jeden Fall wichtig sein, einen neuen rechten Verteidiger zu holen und dafür Passlack abzugeben, plus einen neuen starken Innenverteidiger zu verpflichten, wenn Masovic gehen sollte. Ein weiterer Innenverteidiger plus ein Linksverteidiger hängen dann sicherlich auch ein bisschen davon ab, mit welchen Spielern man plant und mit welchem System. Im Zentralmittelfeld wird womöglich Ostage gehen, dann braucht es auf jeden Fall einen Ersatz. Ansonsten hängt da sehr viel davon ab, ob Stöger bleibt oder nicht. Ansonsten ein weiterer Kreativspieler wäre sicherlich nicht so verkehrt. Auf den Flügeln muss auf jeden Fall was passieren, erst recht, wenn Asano geht und auch im Sturmzentrum wird sicherlich nochmal ein weiterer Neuzugang gesucht. Abschließend sehen wir hier dann nochmal die potenzielle Startelf vom VfL Bochum in der neuen Saison und können auch dadurch nochmal ganz gut sehen, wo Verstärkung nötig ist, aber wo man eben auch schon ganz gut aufgestellt sein wird. Wir haben Riemann im Tor als Nummer 1, dahinter eben dann in unserer Planung Thiele und Lute. Auf der Position des rechten Verteidigers würde ich auf jeden Fall nach einem Stammspieler suchen, Öhrmann und Gamboa hätten wir dann hier als Backups. Links ist Bernardo ganz klar gesetzt, Wittek hätten wir hier als Ersatz plus vielleicht auch nochmal einen weiteren Ersatzspieler und dann haben wir eben in der Innenverteidigung Schlotterbeck als Stammspieler mit einem neuen Innenverteidigerpartner, Ordetz als erste Alternative plus einen weiteren Neuzugang und Tolba. Lucia bleibt auf der 6 gesetzt vor Eletzi. Wenn natürlich Stöger an Bord bleibt, ist auch Riem Zentral-Mittelfeld gesetzt vor Quarteng und Bero. Da würde ich dann auf jeden Fall nochmal einen neuen Stammspieler holen, genauso wie für die rechte Seite, wo auch Quarteng dann der Ersatz ist. Auf links hätten wir dann an VIAJ plus einen Neuzugang. Gesetzt im Sturm wäre dann erstmal Brozinski, dahinter Hofmann plus Neuzugang. Also hier wird es auf jeden Fall dann mal wieder einiges tun. Es wäre aber auch die Chance, nach dem dritten erfolgreichen Klassenerhalt in Folge, dann nochmal als Verein im nächsten Schritt zu gehen. Denn in der aktuellen Saison hat, finde ich, Bochum schon noch irgendwo das Glück, dass die Konkurrenz von Platz 16 bis 18 so unglaublich schwach ist, was die Punktausbeute angeht. Das wird in der kommenden Saison, wenn der Klassenerhalt gelegen sollte, auf jeden Fall dann schon deutlich anders werden. Und deswegen interessiert mich jetzt auch mal eure Meinung zur Kraderplanung in Bochum. Welche Spieler würdet ihr behalten? Welche würdet ihr möglicherweise abgeben? Und wie kann die perfekte Startelf in der nächsten Saison aussehen? Dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.